Hallo, mein Name ist Tanja Schwebel. Ich bin Inhaberin der Firma Getränke Nick hier in Mühltal Niederrammstadt. Seit 2020 führe ich das Geschäft. 1974 wurde das Geschäft von meinen Eltern in Dreiser gegründet und wir sind mittlerweile zweimal umgezogen und sind jetzt an unserem Standpunkt in Niederrammstadt in der Rheinstraße. Wir haben einen schönen und großen Abholmarkt für Getränke. Wir liefern auch Getränke in Privathaushalte, Gaststätten und Firmen. Unser Sortiment umfasst Biere aus ganz Deutschland, Mineralwasser, Säfte, Weine und Spirituosen. Besonderen Wert legen wir darauf, Produkte aus der Region sowie Bioprodukte und Fairtrade-Produkte anzubieten. Das haben wir in allen Bereichen, also auch wieder im Bierbereich, im Wasserbereich und im Saftbereich. Weine, Spirituosen. Guten Tag, die Firma Getränke Nick, Tanja Schwebel. Drei. 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 Drei.